Ja, entspann dich. Die verkaufen darüber Drogen, man. Soll ich sowas am Leben lassen? Ist das nicht dein Ernst? Was? Da stand gerade irgendwas. Ich war gerade abgelehnt vom Bulle. Oh, ich muss tatsächlich diese Stadtteile abfahren. Ah, das ist nicht gut. Portland und Shawside. Oh nein. Wo ist Portland und Shawside? Hm. Oder mein, die drüben auf den anderen Inseln. Ey, das wäre echt mies. Ich habe doch keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Also so schnell. Ich habe nicht gemerkt, wie die Städte heißen. Fail. Stoff, Junge, Stoff. Was war denn das jetzt? Was ist doch kacke, ey. Die nur eingeblendet werden, wenn... Wie komme ich denn da hin? Fuck, ey. Ach so. Oh, spring. Zieh! Junge, zieh! Da oben geht gar nichts mehr. Nein! Ach, Fick! Jo! Sechs Läden. Lass mich raten, zu wenig. So ein Fick! Ja, falsche Richtung. Ey, das ist ne heftige Mission. In 8 Minuten so schnell die Leute kaputt machen. Das ist ein gutes Stück Arbeit. Oh! 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 Okay. Ich weiß nicht genau wie wir es jetzt in Hand haben. Was ich jetzt machen soll. Warum habe ich da jetzt keinen Super-Stunt-Bonus gekriegt? So, ich fand den super. Scheiße! Und nochmal. Ja, Espresso to go, alles klar. Dealer kaputt machen. Wollen wir mal schauen, ob es jetzt besser geht. Was? Keine Ahnung. Ich find den... Die Aufgabe ist schon ein bisschen strange. So, jetzt schnell durch die Stadt gasen. Und hoffen, dass ich den nächsten finde. So. So. Hier rein. Oh Mann. Nein! Nein! Ja, die Kohle kann ich jetzt nicht aufsammeln. Junge. Äh, wo ist denn der? Auf der anderen Seite. So. 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 Das sollte echt zu schaffen sein. Es ist nur die Frage, wie kommen wir jetzt möglichst schnell... Ha! Da war noch einer! Scheiße! Ah, schau! Steht sogar da! So, noch vier Stück. Ich weiß nicht, ob das so intelligent ist, dass wir die Brücke hier nehmen. Na, werden wir schauen, werden wir sehen. Ist halt ziemlich doof. Dadurch, dass man nicht genau weiß, wohin. Das macht's halt nicht unbedingt einfacher. Und dann natürlich das Zeitlimit. Was wollt ihr jetzt? Verpisst euch mal schön. Oh, oh. Was wollt ihr jetzt? Verpisst euch mal schön. Ach so. Für einen normalen Sprung krieg ich... Ah, ja. Na, ich hab nichts gesagt. Oh, oh. Oh, jetzt kann ich springen. Scheiße, ich brauch schnell eine andere Gare. Äh... Jo. Ob das so gut war... Ach, du Scheiße. Oh, Mann. Ach so, jetzt stehen die da plötzlich drin. Wieso denn das? Halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul. Komm nach zwei Stände. Das... Ey, das muss schaffbar sein. Komm, ey. Noch zwei billige Stände. Scheiße! Ach, die Karre ist ja auch göttlich. Da halt die Hälfte deiner Zeit mit... Blöd in der Kurve rum... Äh... In der Gegend rum... Rangieren... Verbringst. Ist das halt... Auch nicht sonderlich... Produktiv. Komm, ey. Wo sind denn die anderen? Was gibt's doch gar nicht? Was gibt's doch gar nicht? Was gibt's doch gar nicht? Mann, ey. Was hab ich mir denn hier für ne Scheiß... Für nen Scheiß rausgeklaut? Ey, das ist nicht dein Ernst. Nummer zwei Bögen... Oh, Gott, komm. Nee, natürlich nicht. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey! Mann, ey! Mann, ey. Mann, ey! Mann, ey! So einen schönen Zeitpuffer gehabt. Direkt mal vergammelt. Oh man. Jetzt fahr ich wieder zurück oder was? Ach ey, ist doch zum Kotzen. Na, da oben ist zu. Jo, wo befinde ich denn dann jetzt noch jemanden? Cool wär's ja, wenn irgendwie so Dinger mal nebeneinander stehen würden oder so. Aber nichts ist der Fall. Ach, fick ey. Einer der schlechtesten Autos überhaupt. Das weiß ich nicht genau, was wir machen. Speichern wir kurz ab. Ne, komm. Scheiß drauf. Ich mach hier einen kurzen Cut und wir sehen uns dann bei der Tussi wieder.